Wenn Sie startklar sind, berühren Sie bitte den Bildschirm. Sie werden in einer Sekunde fotografiert. Na, das sieht doch gut aus! Wenn Sie zufrieden sind, drücken Sie auf das Bild, um Ihre Karte zu drucken. Wenn Sie nichts tun, werden Sie noch dreimal fotografiert. Suchen Sie sich das Foto aus, das Ihnen am besten gefällt. Wenn Sie nichts tun, wird Ihre Foto mit dem unteren rechten Bild gedruckt. Das Foto wird gedruckt. In einer Minute können Sie sich über Ihr Foto im Fach unter dem Monitor freuen. Bitte entspannen Sie so lange!